Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vapes Investigation. Ich bin der Simon, das ist der Horst und heute soll es mal um das Thema Petitionen gehen, weil das gerade mal wieder aktuell durch Facebook turnt. Viel Spaß! Ja, was dampfe ich? HDK VT 250, wo sich schon wieder die Schrauben, die den 15er halten, gelöst haben, schon das zweite Mal. Sehr ärgerlich bei so einem teuren Gerät. Da drauf der Shen Ray One und Twisted Manta Fango, was immer noch so mein Sommerliquid ist, schön frisch mit ein bisschen Cola da drin halt. Finde ich immer noch sehr angenehm. Ja, Petitionen. Jetzt tont aktuell durch Facebook mal wieder so ein Ding, Streichung, Paragraf 14, Tabakerzeugnisgesetz, und zwar geht es da unter anderem um die 10ml Beschränkung. Das macht in der Sache natürlich Sinn, denn das ist, dieser ganzen 10ml Kiste, das ist natürlich totaler Quark. Ich habe ja die, wo diese Begründung herkommt, auch schon mal hier und da beantwortet. Ist alles eigentlich soweit in der Diskussion nachvollziehbar, aber unterm Strich natürlich Quatsch. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr viel Müll produziert, ist alles gar keine Frage. Jetzt ist das Problem dabei, wie schon so oft bei Petitionen bei uns im Bereich, geht das einfach an den falschen Adressaten. Denn man richtet sich jetzt quasi an den Bundestag. Also es ist eine Petition, die an den Bundestag gerichtet ist, die über den Petitionsausschuss geht. Und das Problem ist, dass der Deutsche Bundestag das gar nicht einfach so ändern kann. Denn das Tabakerzeugnisgesetz ist eine Umsetzung einer europäischen Rahmengesetzgebung, und zwar der EU-Richtlinie 2014-40-EU, also landläufig TPD-2 genannt. Und wenn wir jetzt da Regelungen rausstreichen, würden wir ein entsprechendes Verfahren auslösen bei der EU und müssten als Land Strafe zahlen, weil wir die Rahmenverträge nicht umsetzen. So. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass man die ganze Kiste nicht ändern kann. Nur halt kann es der Bundestag eben nicht einfach so. Sondern, wenn ihr jetzt wirklich Energie darauf verwenden wollt, was zu ändern, dann wendet euch doch an die richtige Stelle. Und zwar wäre das dann die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die dann entsprechend das im EU-Parlament besprechen, um diese Richtlinie durch die EU-Kommission überarbeiten zu lassen. Das ist durchaus möglich. Und da gibt es auch durchaus Bestrebungen. Nur ist, ähm, jetzt will ich nicht sagen, oh, das ist jetzt irgendwie falsch, die Petition zu zeichnen. Nee, es ist nur sinnlos. Also, und damit meine ich nicht, oh, das ist jetzt irgendwie Blödsinn, ihr seid alle doof. Also, es ist einfach der falsche Adressat. Es ist, als wenn ihr einen neuen Personalausweis braucht und geht zum Finanzamt und sagt, macht mir einen neuen Ausweis. Und dann sagen die natürlich, äh, nee, machen wir hier nicht. Und dann geht ihr los und beschwert euch ganz laut, die wollen mir nicht helfen. Ja. Und so ist das jetzt bei diesen ganzen Petitionen gelaufen und so läuft es auch jetzt wieder. Das läuft an einen Adressaten, der das Problem nicht lösen kann. Und damit, was bringt das dann? Ja, warum, warum wendet man sich nicht direkt an die richtigen Leute? Bitte, nehmt euer Telefon in die Hand oder schreibt ein E-Mail an euren Europaabgeordneten. Ich schreibe eine Liste unter das Video, ja, verlinke das. Da könnt ihr dann gucken, wer eure Europaabgeordneten sind für euer Bundesland und sprecht die direkt an. Die müssen das Thema auf die Agenda bringen im Europäischen Parlament. Da kann der Bundestag erstmal gar nichts dran ändern. Natürlich könnte man jetzt sagen, man wendet sich an den Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss, äh, bringt das irgendwie den Abgeordneten näher. Und die Abgeordneten, die reden dann, weil ja auch Bundestagsabgeordnete mit Europaparlamentariern sprechen, mit denen. Und die bringen das dann ein. Aber das wäre doch um 5000 Ecken, das ist doch nicht sinnvoll. Und das ist auch nicht realistisch, dass das auf dem Wege dann tatsächlich die richtigen Stellen erreicht. Deswegen, Europaparlamentarier, die sind das Ziel, wenn man da etwas ändern möchte. Denn dessen sind sich viele ja offenbar auch gar nicht bewusst. Die wollen was machen, was ja auch richtig ist. Ich sag mal, der Wille, was ändern zu wollen, was falsch ist, ist sicherlich etwas, was man gar nicht hoch genug schätzen kann. Aber es bringt doch nichts, in den leeren Wald zu rufen. Ich hab's neulich auch schon mal als Beispiel bei einem anderen Sachverhalt gebracht. In einen leeren Wald zu rufen, ändert einfach nichts. Und Petitionen an den Deutschen Bundestag ändern an der ganzen Kiste auch nichts. Wir haben eine Rahmenvorgabe und wir müssen diese Rahmenrichtlinie ändern. Ansonsten passiert hier überhaupt nichts. Weil Deutschland wird nicht etwas ändern und dann riskieren, eine viele, viele Millionen Euro teure Strafe zu zahlen, weil sie sich nicht an die europäischen Rahmenverträge halten. Und da geht's auch gar nicht drum, dass wir uns für diesen einzelnen Vertrag verpflichtet haben, das umzusetzen, also diese einzelnen Richtlinien, sondern wir haben uns mit der EU-Mitgliedschaft entschieden, generell diese Rahmengesetzgebung umzusetzen. Prinzipiell, immer. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, das gefällt mir, das nicht. Das ist so ein Alles-oder-nichts-Club, die EU. So, und nun ist es so, wir sind EU-Mitglied und müssen halt mit den Strukturen leben. Da kann man sich natürlich zehnmal drüber aufregen und mit dem Fuß aufstampfen und ganz bitterlich aufheulen, aber es ändert doch nichts. So, die Strukturen sind, wie sie sind. Wenn wir diese ganze Kiste ändern wollen, auch die 10-Milliliter-Beschränkungen, und es gibt viele, viele gute Argumente dafür, sei es die Müllmenge, sei es, dass die ursprüngliche Begründung hier, Kinderschutz und so weiter, totaler Quark ist, weil man da mit völlig falschen Zahlen diskutiert hat. Da gibt es gute Gründe, und man kann das den Leuten mit Sicherheit näher bringen, aber es ist nicht der Bundestag, der das ändert. Das passiert einfach nicht hier, weil diese Geschichte ist in der Rahmenrichtlinie vorgegeben, und dort muss es geändert werden. Und dann muss man sich auch hier damit nochmal befassen, und dann, dann kann man nochmal an den Deutschen Bundestag rangehen, aber nicht vorher, ansonsten ist das einfach verpufft. Und ich sag mal, das ist genau das Problem, denn es ist ja richtig, was machen zu wollen, aber diese ganze Kraft, die ihr da jetzt aufwendet, für nichts, das ist doch das Problem, dass man dann vielleicht sogar, oder dass viele das Gefühl haben, sie hätten was bewegt, dabei haben sie es nicht. Dabei ist einfach gar nichts passiert. Und hinterher ist das Geschrei dann wieder groß und die Politikverdrossenheit, die höre ja nicht zu, und das bringt ja alles gar nichts. Da sind wir wieder beim Beispiel mit Ausweis beim Finanzamt. Und dann sich beschweren, die sind aber nicht hilfreich. Das ist in dem Fall nicht deren Problem, sondern unseres. Wir müssen unsere politischen Wünsche, unsere Vorstellungen gegenüber denen formulieren, die es auch ändern können. Und das sind, ich sag's nochmal, Mitglieder des Europäischen Parlaments. Ihr könnt natürlich auch direkt Günter Oettinger, unseren EU-Kommissar anschreiben, unseren Deutschen. Oder halt auf Englisch den entsprechend zuständigen EU-Kommissar. Ich weiß gar nicht, wer es gerade ist. Aber ich sag mal, das sind die Stellen auf europäischer Ebene. Und es ist eben nicht der Bundestag. Und bevor jetzt noch, ich sag mal, da werden wahrscheinlich trotzdem wieder noch Petitionen an den Deutschen Bundestag kommen. Da kommt ja alle paar Monate, kommt irgendwer. Manchmal sind es Neudampfer, die jetzt diese ganze Geschichte noch gar nicht mitgekriegt haben. Manchmal sind es einfach Leute, die die Strukturen missverstehen. Aber da werden mit Sicherheit wieder weitere kommen. Aber das bringt alles gar nichts. Das ist halt einfach verschwendete Kraft, die an anderer Stelle besser eingesetzt ist. Und deswegen auch dieses Video, um das einfach mal ganz klar zu sagen, wir kommen als einzelnes Land aus dieser Rahmenrichtlinie nicht raus. Wenn wir solche zentralen Punkte ändern wollen, müssen wir an die Rahmenrichtlinie, also eine TPD-3 möglicherweise. Wenn man jetzt nicht einzelne Punkte ändert. Auch das ist ja eine Möglichkeit, dass man da über einzelne Punkte spricht. Aber dieser Weg führt eben über das Europaparlament und nicht über den Deutschen Bundestag. Ansonsten, ihr kennt das Spiel. Teilen, liken, erzählt es euren Freunden, unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal, euer Simon. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.